es geht ab leute willkommen auf meinem kanal heute ziehen wir uns das neue lied rein von bones mc und ufo 361 money and im platz eins in den trends das wird jetzt spannend weil die letzten lieder von den zweien hat mir so furchtbar ist fußballer scheiß und von bones war scheiße habe ich so wie es ist sorry bones aber eigentlich feiert seine mucke aber das war gar nicht das ging gar nicht und von ufo ein alt traum ein alt traum ich wollte eigentlich gar nicht mehr auf die reagieren auf jeden fall nicht mehr aber platz eins in den trends das muss ja schon was gutes sein ich habe auch schon gehört so der hat den alten ufo wieder zurückgeholt mal sehen ich glaube er nicht aber vielleicht hat er daraus gelernt rap ist rap ja wir ziehen uns das jetzt mal rein auf jeden fall danke für die dass sie mich abonniert dort bis zum ende das video ist auf jeden fall gut für den kanal und dann fangen wir jetzt mal an ich muss auch direkt schon stopp machen also ufo ich meine das ernst bin ich mal wieder zu hören aber ehrlich halter ich habe ich schwöre ich habe den seit 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 keiner an und die letzten lieder habe ich den kein bisschen verstanden was der da gesprochen hat oder gerappt dazu das ist das erste mal seit langem dass ich mal wieder verstehe was er zu sagen hat das ist erst mal krass das ist erst mal krass ich finde die hook richtig geil richtig geil ich finde das geil dass bones das immer so benutzt so alte lieder mal wieder neu auffrischen aufpeppen richtig auf deutsch mal drauf rappen und so finde ich absolut geil schon bei den alten liedern fand ich das krass und ja ich weiß auf jeden fall dass ihr nicht wisst von welchem song der ist auf jeden fall nicht deswegen zeige ich euch das jetzt mal genau hin das ist das lied das originale und lumidi never leave you könnt ihr euch reinziehen kann ich euch empfehlen ist geil jetzt schauen wir mal weiter auf der straße sind wir fang mal bis kack geht frisch wappern ich bin mein name auf ein train gut getan färbt nicht geschnappt von kolonne durch die stadt hängel beim stripclub lass es regnen so viel sonne so viel was im auto kann mich nicht so war jetzt ein strammer part von bones so kennt man den jahre der beat ist von the crates neil und alex und die wo auch guter beat kann man nicht sagen so finde ich geil das video das video ist auch videos von mcduke geil geschnitten ist geil ist geil also die ganzen uhr und auto schmeckt schmeckt sage ich mal so ne größer rap rap ist immer so rap ist autos frauen schmuck geil geil so viel money und fame alles verdient so viel money und zähn alles selbst verdient im carrioli fahren durch die streets von der party zu stay so viel money und fame und alles richtig in meiner stadt bin ich king bin wieder strafft zu viel drugs in meinem drink sie hat lange beine so wie ein flamingo sie ist ja sie fliegt schon seit gestern unglaublich also ihr wisst gar nicht wie ich mich freue dass der mal wieder so musik macht die lange lange war habe ich gedacht er wäre verloren es freut mich übelst dass die musik wieder cool ist er sollte dabei bleiben ist auf jeden fall wo wäre das auf jeden fall das beste wenn man was gutes macht warum sollte man andere schienen versuche kann ja ab und zu mal was versuchen aber das was der gemacht hat das ging ja gar gar nicht gar nicht gelbe lamborginis blaue teslas heute nacht die survival kit flügeltüren zwei sitze so viel gold ja wie pirates und gut hier gucke nicht auf die preisliste sie will ne birkin bag adexe ja wir sind am schein erzählen an jedem finger diamond rings wir spielen mit autos rum als wären wir noch das war jetzt der track und mc ufo 361 money und fame geiler track kann ich euch empfehlen müsst ihr euch reinziehen auf jeden fall guck mal ich zeig euch jetzt mal mein lieblings track von ufo ey das ist unnormal krank unnormal krank wenn ihr es nicht kennt müsst ihr euch reinziehen wenn ihr auch meiner meinung seid schreibt es mir in den kommentaren oder schreibt mir in den kommentaren was euer lieblings track ist von ufo 361 so ich lass nochmal weiterlaufen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn es euch gefallen hat lasst einen kommentar da aktiviert die glocke lasst ein abo da bis zum nächsten mal guck mal